Hier ist der Nummer 1 Fehler, der deinen Erfolg mit Frauen killt. In einem meiner letzten Videos gab es eine ziemlich interessante Zuschauerfrage und der Kerl hat durchaus jetzt nicht alles falsch gemacht, sondern das eine oder andere richtig, aber trotzdem ein paar kapitale Klopper drin gehabt, die ich im Laufe meiner Karriere immer wieder sehe, Woche für Woche bei Klienten. Und deshalb war ich, obwohl nicht alles schlecht war, diesmal ein bisschen strenger und dann wurde ein bisschen ausgerastet in den Kommentaren. Ziemlich interessante Kommentare und Einwände, die gekommen sind. Das gucken wir uns heute nochmal an und warum die größtenteils sehr gefährlich sind. Das gebe ich zu, das ist ein gefährliches Fass da. Kurze Zusammenfassung, was passiert war, wir haben euch das Video hier nochmal verlinkt und zwar, der liebe Jung quatscht eine attraktive Frau an, traut sich dann nicht den Move zu machen und ein Treffen aufzusetzen oder irgendwie Kontakttaten zu tauschen und so weiter. Hat sie dann auf irgendeiner Plattform, die nicht näher benannt wurde, rausgesucht? Auf Deutsch gestalkt, so habe ich es zumindest ausgelegt. Und hat sie dann angeschrieben, auf Deutsch, er jagt ihr hinterher. Traditionelles Dating, man jagt Frau hinterher, wogegen ich grundsätzlich bin. Und dann haben sie sich trotzdem getroffen, das war schon überraschend, aber haben sich dann immerhin trotzdem getroffen, wo viele dann denken, okay, dann ist das also ein probates Mittel, das hat doch funktioniert. Also haben sich erstmal getroffen, haben da stundenlang gequatscht, was als positiv interpretiert wurde, aber stundenlang gequatscht, ohne dass er irgendwie irgendeine Art von Move gemacht hat. Stichwort Friendzone-Gefahr. Haben dann stundenlang rumgelacht, kann positiv sein, kann aber auch Clowns-Dynamik-Gefahr sein. Und jetzt ist sie zwei Wochen in Urlaub und er weiß nicht, was er machen soll. Soll er sie jetzt anschreiben oder nicht? Soll er hin und her schreiben und den Kontakt warm halten? Und so weiter und so fort. Oder nicht? Das heißt, es war nicht alles komplett fürchterlich. Und theoretisch könnte das sogar trotzdem noch klappen. Aber es waren ein paar typische Kapitaleschnitzer drin, die ich über die Jahre immer wieder sehe. Und vor denen ich immer deutlich warne. Und dazu lehnen wir uns jetzt mal die Kommentare durch. Und zwar der erste hier zur Kontaktaufnahme, die ich als Stalking-Light bezeichnet habe. Und zwar, wie soll man denn sonst Kontakt aufnehmen, wenn man die Frauen nicht mehr treffen wird? Geht ja nur online. Und wenn sie Nein sagt, dann eben nicht. Versucht, macht klug. Ich sehe da keinen Verlust. Und wenn es bei ihr verzweifelt rüberkommt, dann pfeift man einfach drauf. Ja, wenn es bei ihr verzweifelt rüberkommt, aber es kommt ja auch bei einem selbstverzweifelt über. Und ja, wie soll man denn sonst Kontakt aufnehmen, wenn nicht online, wenn man die Frau sonst nicht mehr trifft? Ja, eben gar nicht. Das ist ja das Learning daraus, dass man diese Willingness to walk away, wie ich es bezeichnet habe, dass man die an den Tag legt und sagt, dann lasse ich diese Frau halt ziehen und lerne draus. Und beim nächsten Mal weiß ich ja, muss ich eher den Move machen. Das heißt, ein bisschen mehr die Eier haben, dann auch was draus zu machen. Egal, wer da jetzt drumrum steht oder auch nicht. Eier! Sie wissen, was das heißt. Denn, wie ich in dem ersten Video auch gesagt habe, wenn diese Willingness to walk away, also diese Bereitschaft, auch eine attraktive, begehrenswerte Frau, einfach mal abzuschenken und ziehen zu lassen, wenn die da wäre, dann hätte derjenige immer attraktive und begehrenswerte Frauen in seinem Leben, weil er einfach der Typ wäre, der von attraktiven, begehrenswerten Frauen im Schnitt selektiert werden würde. Und wer aber diese Einstellung hier an den Tag legt, ja, er muss doch irgendwie was machen, das war doch die einzige Chance, kommt gleich auch noch, dann läuft es eben nicht so. Ihr macht mich traumig. Dann eben nicht. Schreibt der Nächste. Ich persönlich würde es mit dem Kontaktgesuch danach nur dann machen, wenn es quasi kein großer Aufwand ist. So eine Aktion wie damals beim Rammstein-Konzert mit Veranstalter oder Radio anschreiben, Peter hat dazu ein Video gemacht, geht definitiv zu weit in die Creepy Zone. Ja, das ist dann so das übersteigerte Stalker-Verhalten. Aber, wie ich eben gesagt habe, auch dieses, ja, es ist doch die einzige Chance, ich muss sie doch irgendwie kennenlernen, sonst geht mir diese Frau durch die Lappen. Allein diese Einstellung bewirkt, dass einem die meisten hübschen Frauen dadurch durch die Lappen gehen, weil man einfach zu viel den Gestank der Verzweiflung und die Bedürftigkeit am Start hat. Wenn er ein bisschen Schmierseife hätte, dann wäre es vielleicht besser gelaufen. Von daher gilt hier nicht so dieses, ja, total creepy ist creepy und nur ein bisschen creepy ist gar nicht creepy. Eher nicht. Und ja, wie gesagt, das kann auch, habe ich auch in dem ersten Video gesagt, das kann auch alles theoretisch ganz wunderbar funktionieren, aber es ist jetzt auch, nur weil es funktionieren kann, kein probates Mittel ohne Fallschirm aus dem Flugzeug zu springen, nur weil es schon mal funktioniert hat. Das ist ja das Gefährliche, wenn es nie funktionieren würde, dann würden wir gar nicht auf so Gedanken die ganze Zeit kommen, sondern dann wüssten wir, das hat noch nie für irgendwen funktioniert. Deshalb lassen wir das jetzt mal lieber. Und hier haben wir dann diesen Stalking-Fall, der leider funktioniert hat oder vermeintlich angeblich funktioniert hat. Ich kenne einen Fall aus dem Freundeskreis, wo es funktioniert hat. Er wusste nur ihren Vornamen und wo sie arbeitet, hat sie über ihre dienstliche E-Mail angeschrieben, auf Deutsch Stalker Alarm. Sie dachte erst, es sei Spam, war es ja im Endeffekt auch, hat es dann aber doch gelesen und sich gemeldet. Jetzt sind die beiden schon eine Weile zusammen. Ja, dann hat es doch funktioniert. Könnte man jetzt meinen. Aber wie gesagt, es funktioniert auf einem ganz anderen Level, wenn er sich das verkniffen hätte und es einfach sein gelassen hätte und so weit an sich gearbeitet hätte, dass er sagen würde, um Gottes Willen, ich schreibe die doch da jetzt nicht auf der Arbeit an. So viel Aufwand sollte das nicht sein. Ich habe so Aktionen früher auch gebracht, eine Frau angesprochen, dann irgendwie die Nummer falsch eingetippt oder sie hat sie extra falsch eingetippt. Dann wusste ich aber noch ihr Nummernschild irgendwie, weil sie mit ihrem Auto da am Rand stand und dann hatte ich einen Bekannten von der Polizei, habe ich gesagt, hier kannst du mal dagegen verstoßen und das Nummernschild mal raussuchen, wie diese Frau heißt. Dann könnte ich sie vielleicht auf Facebook finden und so weiter und so fort. Warum tust du denn sowas? Ich habe eine Menge verrückter Scheiße in meiner Zeit gesehen, aber... Hat das mit den Frauen gut funktioniert? Wenn das mit dieser Frau funktioniert hätte, dann wäre die Frau erstmal schön bescheuert, natürlich. Im Film ist das vielleicht so, in echt funktioniert das bei Frauen, die normal in der Birne sind und attraktiv und begehrt in der Regel nicht. Aber selbst wenn das funktioniert hätte, was hätte dann da funktioniert? Dann hätte ja genau das Falsche, genau die falsche Einstellung, die mich nicht in meiner Persönlichkeit voranbringt, die hätte dann funktioniert. Und dreimal dürft ihr raten, was mit dieser Einstellung damals regelmäßig mit Frauen gelaufen ist. Nichts. Da war ich eher im Minusbereich unterwegs. Und es wurde erst besser, als ich angefangen habe, dann so eine Frau auch einfach mal ziehen zu lassen, einfach darauf zu scheißen, dass ich jetzt halt die falsche Nummer aufgeschrieben habe oder sie hat die falsche Nummer. Vielleicht sehe ich sie irgendwann mal wieder. Vielleicht auch nicht. Who cares? Wer dieses Loslassen nicht trainiert hat, nicht auf der Pfanne und im Kreuz hat, der wird nicht nur mit Frauen im Schnitt Probleme bekommen. Selbst wenn er diese Frau, wenn es angeblich funktioniert, er bekommt diese Frau, dann ist das in dieser Beziehung auch mit drin. Das ist eine ganz ungünstige Art, zusammenzukommen. Wie ich es in meiner Hitch-Analyse damals, verlinken wir euch hier oben, auch gezeigt habe, dieses Affentheater, was da veranstaltet wird, um die Frau zu bekommen, mit Walkie Talkie hier auf die Arbeit schicken. Guckt euch die Analyse gerne an, ist ziemlich witzig und aufschlussreich. Dieses Affentheater, selbst wenn es funktioniert, dann funktioniert es ja nicht. Dann hier das nächste Ding, ist auch ein Knaller, sag ich ja, man kann dabei nur gewinnen. Nein, man kann so gut wie nur verlieren und man kann die Illusion des Gewinns dabei gewinnen, was auch wieder ein Verlust wäre, wenn es wirklich funktioniert, eine Frau durch solche Aktionen mal für sich zu gewinnen. Nächster Satz hier, wir fragen uns manchmal zu sehr darauf bedacht, nicht verzweifelt zu wirken. Nein, ich bin sehr darauf bedacht, nicht verzweifelt zu sein. Und ja, ich weiß, das ist ein hohes Level, was ich hier erwarte, in Anführungszeichen, beziehungsweise was ich hier empfehle. Aber im Coaching zum Beispiel ist das ein völlig normales Level, dass ich das erzähle auf YouTube. Ich haue halt auch nicht alles raus, muss man auch dazu sagen. Von daher ist das ein ganz normales Level unter Leuten, die ein bisschen vorwärts kommen wollen, an das man halt sagt, lasst sie doch einfach ziehen. Schreibt ihr nicht bedürftig hinterher und fertig. Von daher poche ich hier auf sinnvolle Persönlichkeitsentwicklung, die euch nicht nur mit Frauen, sondern auch in allen anderen Lebensbelangen natürlich weiterhilft. Jedes habe ich herangebildet, 800 Jahre lang. Ja, natürlich. Ja, eine Frau ist manchmal zu sehr darauf bedacht, nicht verzweifelt zu wirken, sodass er lieber eine Gelegenheit auslassen würde, eine tolle Frau in sein Leben zu lassen. Wie gesagt, du hast viel mehr tolle Frauen, wenn du der Typ bist, der einfach mal die Frauen und auch die attraktiven und begehrten Frauen einfach gehen lässt. Wie gesagt, das ist durchaus ein hohes Level, aber es steht ja auch Next Level drüber und nicht Previous oder Low Level. Konnte ich ja nicht wissen. Und hier kommt die nächste Story. Anschnallen. Es ist mir ähnlich. Vor Jahren mal ergangen. Kollege und ich haben abends zwei Frauen kennengelernt, kannten nur ihre Vornamen. Da wir den Abend Party gemacht haben, waren die Damen dann irgendwann weg. Habe in der Woche darauf mit dem Vornamen und Stadt, die ich ja kannte, Facebook durchkämmt. Ja, wie viel Zeit kann man haben? Facebook und in was Falsches, in was Ungünstiges. Psychologisch gesehen investieren. Facebook durchkämmt und eine der beiden, die falsche, nicht die richtige, sondern die falsche gefunden, angeschrieben. Sie gebeten, ihrer Freundin meine Nummer zu geben. Zwei Wochen später war ich mit ihr essen und es hat gerappelt in der Nacht bei ihr daheim. Wenn das denn so stattgefunden haben sollte, dann ist das ja genau das Schlimme daran, dass das ab und zu hier und da durchaus scheinbar funktionieren kann und dadurch kann dann nichts draus gelernt werden. Also ist das vollkommen in Ordnung gewesen. Dass es keine feste Beziehung gab, lag schlicht an der Entfernung von 260 Kilometer. Das ist wahrscheinlich auch noch passiert, dass da Lichtjahre durcheinander geguckt wurde. Dann machen wir weiter. Auch interessant mit warum immer so negativ. Ja, es ist nicht negativ, sondern es geht hier drum, auf ein höheres Level logischerweise zu kommen. Und lasst euch auch nicht blenden, wenn mal ein bisschen flapsige Memes eingeblendet sind oder wenn ich mal ein bisschen auf den Putz haue. Das kommt alles aus einer guten Ecke hier und soll euch natürlich helfen beim Loslassen und auch besser mit Frauen zu werden und auch in anderen Lebensbereichen. Also warum immer so negativ? Kann es nicht sein, dass eine Frau tatsächlich Interesse an einem Mann hat, auch wenn er nicht alle Pick-up-Regeln aus dem Lehrbuch auswendig kennt. Ja, Pick-up-Regeln. Ich habe meine eigene Denkschule. Ich brauche jetzt nicht die klassischen Pick-up-Regeln, auch wenn da natürlich nicht alles schlecht ist, muss man dazu sagen. Und ja, nein, natürlich kann die Frau auch Interesse haben. Wie gesagt, das kann auch klappen, deshalb ist das trotzdem kein probates Mittel. Du kannst auch ohne Zähneputzen gesunde Zähne behalten, deshalb ist das jetzt trotzdem nicht das probateste Mittel, da die Mundhygiene einreißen zu lassen. Da hat mir mal irgendwo jemand erklärt. Weiter geht's. Haben eigentlich alle Frauen generell gar keinen Bock auf Männer? Nee, das würde ich nicht sagen, aber man kann es sich schon schnell verscherzen. Auch die ersten 30 Sekunden, die Frau übertreibt, lese ich da öfter. Nein, die ersten 30 Sekunden sind ziemlich entscheidend. Ja, auch wenn ich, ja klar, ich würde euch natürlich auch lieber erzählen, hier macht alles falsch rum, macht alles anders rum. Ja, wenn das funktionieren würde, dann würde ich es euch ja schon erzählen. Warum erzähle ich es euch nicht und empfehle es nicht, weil es eben im Schnitt nicht funktioniert. Weder für die Frauen noch für die eigene männliche Persönlichkeitsentwicklung. Und auch im Business, da gibt es mehr oder weniger die gleichen Dynamiken. Das ist teilweise zum Schießen, wie das Flirt-Thema mit dem Business-Thema zusammenhängt beziehungsweise wie ähnlich die Dynamiken da sind. Ich erzähle euch hier nur das, was euch im Schnitt weiterbringt, wenn ihr diese Einstellung an den Tag legen könnt. Weiter geht's, selbst wenn sie die Nummer rausrückt, lacht und interessiert wirkt. Das heißt noch gar nichts, das muss zwangsläufig nichts heißen. Das kann was heißen, muss aber nichts heißen. Nummer rausrücken als Frau ist immer auch so eine Sache, weil dann hast du wieder traditionelles Dating. Mann jagt Frau hinterher, dann reißt du dich in diese ganzen Tinder-Affen ein. Das ist nicht zu empfehlen. Und was schreibt er noch? Hat sie aber angeblich schon nach 30 Sekunden schon entschieden, dass sie gar keinen Bock hat. Hä? Das gibt es durchaus, dass Frauen dann die Nummer rausrücken und dann kommt es ja doch nicht zum Treffen oder es kommt zum Treffen, aber die will nur ein bisschen Aufmerksamkeit und Anerkennung und so weiter und so fort. Wenn aus jeder Frau jetzt was würde, wo die die Nummer rausgerückt hat oder wo man irgendwie ein Date aufgesetzt hat und das vielleicht auch stattgefunden hat. Nein, nein. Selbst wie gesagt, wenn was draus wird und du bekommst diese Frau, wie hat das dann stattgefunden? Wie ist man dann da reingestartet? Wie sind die Rollen verteilt? In welchem Frame bist du? In welchem Frame ist die Frau? Das ist alles nicht optimal, um entweder was Lockeres auf die Beine zu stellen, auf die Kette zu kriegen oder auch was Langfristiges. Nein, die Rollen sind dann nicht optimal verteilt mit dieser Frau. Weiter geht es, nur weil er vielleicht nicht alles perfekt, alles nach James-Bond-Manier macht, muss man nicht alles perfekt machen, aber je mehr man falsch macht, desto schwieriger wird das Ganze für die eigene Persönlichkeitsentwicklung und für die eventuelle Beziehung, die da mit der Frau draus entsteht. Vielleicht war sie echt angetan von ihm. Ja, kann durchaus sein. Und nur weil er sie nach 30 Sekunden nicht gleich gepumpst hat, wird er nicht gleich gefrenzoned. Das sage ich auch nicht, aber klar, je länger du wartest und je unentschlossener du bist und so weiter, je schlechter deine Flirt-Skills sind, desto eher funktioniert das im Schnitt nicht. Und der Fragensteller hat auch noch geschrieben, dass er generell eher unerfahren mit Frauen ist und erst so die ersten Moves macht. Von daher, ich kenne ja, wie das meistens dann abläuft. Und dann wieder der Klassiker, hier kommt es nochmal. Ja, außerdem diese Kontaktanzeige war die einzige Möglichkeit. Die Alternative wäre jetzt gewesen, nichts zu tun. Das wäre also besser und männlicher. Really? Er hatte doch nichts zu verlieren, außer seine Persönlichkeitsentwicklung und seine Würde. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber da ist einiges zu verlieren gewesen. Wie gesagt, er hätte sie nicht wiedergesehen. Und dann schreibt der Nächste, habe ich auch ein Herzchen dran gemacht, weil ich so verliebt war, und zwar, dann hätte er sie eben nicht wiedergesehen. Na und, gibt doch Frauen wie Sand am Meer. Warum denn nicht einfach gleich im ersten Gespräch nach einem Treffen fragen? Ach nee. I love you. I mean, I love you like a star of a pig. Dann schreibt der Nächste, Sand am Meer, was, wo lebst du denn? Und so weiter, dann ging es noch drum. Ja, wenn du im Dorf wohnst, mit 50 Leuten vielleicht nicht. Ansonsten gibt es natürlich genug Frauen, wenn du ein bisschen den Flirt Skill trainiert hast. Und dann gab es noch mehrere ähnliche Kommentare, die in die gleichen Kerben gehauen haben. Und hier bitte gut draus lernen, dass es über dem, was hier im Schnitt so geredet wird, auch noch ein paar Levels drüber gibt. Natürlich, ja, deshalb, wie gesagt, es steht Next Level drüber und nicht Previous Level. Und nur weil irgendwas funktionieren kann, ist es nicht immer das probateste Mittel für euch und für euer eigenes Seelenheil. Wer noch Hilfe bei dem Thema gebrauchen kann, das Thema Frauen, Dating, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter besser gehandelt haben will, der kommt gerne zum Coaching. Die Links zum kostenlosen Erstgespräch sind wie immer unten in der Beschreibung. Thank you for the suggestion, it was a good one, without a question, do a cover, subscribe, or still wish for... ... ...